Musik Und heute guten Tag wünsche ich euch und willkommen zur nächsten Folge Minecraft Neuland Und den da putze ich gerade die Nase, der ist ein bisschen erkältet Es war die Hölle Und ich bin... Und dann bin ich auf die Kuh raufgesprungen und hab sie getötet Ne, wenn du eine von den Kühlen tötest, Junge, wirklich Lass dich Komm erst mal her, Kuh Da, willst du das, will ich das machen? Ja, nimm dener Du hast jetzt gemacht Mein Inventar ist voll Ah, das Taubometer, das müssen wir machen Ok, ein Taubometer machen wir, indem wir Gold, ein Glas und Schatz Das habe ich alles... Guck mal hier Hallo, Dino Ähm... So, jetzt habe ich genug... Nein, noch nicht ganz Endlich mal hier oben auch noch ein Dach drüber Oh! Hast du gerade geportet? Ja Gedacht, es wäre ein Enderman oder so hier Geht auch keine Treppe Treppe war ich nur für Opfer wie dich Ich weiß es leider nicht mehr Ah doch, pass auf! Da Ich weiß aber nicht wie das funktioniert, manchmal kann ich was bauen Da, guck mal Ich weiß nicht wie das funktioniert, ohne Spaß Das ist die Dena-Kiste, da sind nur meine Sachen drin Auf einmal sind unsere Sachen getrennt Ja gut Nein, nicht alle Sachen, aber manche Sachen Ja, ich habe so viele Sachen schon gefunden Weil ich kann hier ganz viel Clay mitbringen, weil ich bin gerade bei Clay Oh, zwei Creeper! Wollt ihr Clay farmen? John, kommt her! Oh! Hey, ich verstehe den blauen Creeper nicht, der macht immer so ein blaues, so großes Licht Mann Los! Explodier! Perfekt, das ist Farm Clay für mich Nämlich Muss ich lieber erstmal wieder runter gehen, weil ich habe das Gefühl auf Clay Island sind nicht so viele Chickens unterwegs Die Chicken hier, Chicken da, Chicken überall, aber Chicken nicht so wo ich will Du hast so viel Spaß wie ich, als ich die Hühner geholt habe Ja Du hast noch nie Hühner geholt Äh, als ich die Schweine, Kühe, Pilzkühe geholt habe Ja, da hattest du ja wenigstens Spaß, die zu finden Ja, genau Ich hatte Spaß Ja, so weiter du weg bist Ich versuche ein bisschen im Kreis zu laufen Ja, das sind Hühner! Ja? Mhm, aber nur zwei Stück Okay Ja, zwei? Zwei sind da? Ja, geil Die kannst du jetzt erstmal schnell nach Hause bringen Hier, zieht's Ich glaube, die verstehen das mit dem Wasser nicht Die nächste Brücke Ja, die gibt's halt gar nicht Weißt du? Wo ist er hin? Doch, doch, jetzt kommen die aber Ja? Ja, ja, ich bin halt nett zu denen Ich trage die einen, einen trage ich rüber Und der andere schwimmt dann einfach Perfekt, komm Hier sind grüne Gewässer Die zum Teil giftig sind Lasst das Schwein in Ruhe Sprecht nicht mit fremden Jungs Und Mädels Einer von euch muss das Mädels spielen Könnt ihr euch noch aussuchen wer Das gewisse Gen dafür, weißt du? Und du brauchst auch ein bisschen Das Geschwür dafür Das Feeling Und ähm Dann ist das Du musst dich einzeln mit dem Tier fühlen sozusagen Du stellst ja sozusagen Die Mama dafür das Tier, ja? Du bist der Baba Und deswegen Wenn du halt das nicht darstellen kannst Wenn du das nicht fühlen kannst Dann kannst du auch nicht sein Und dann kommt es eben zu solchen Verzweiflungstaten Klar kannst du sie versuchen zu überzeugen Mit Weizen oder mit was auch immer dir zu folgen Ja? Aber wenn du halt das nicht spürst Das nicht in dir hast Dieses Baba-Dasein Dann wird das nicht funktionieren? Jo Immer weiter Haha Sehr schön Genau Okay Dem dem Ja, dreh euch doch nicht im Kreis Nur weil ich mich drehe Für die ist das wie so aerobics so Komm in so wunderschönen Haus rein Und dann sehen wir hier Ah, zwei Ställe Und da Sind so zwei Stangen Das sind die Säulen Von diesem Balkon da oben Siehst du den Balkon? Ah, ja, ja Jetzt seh ich's Sehr gut, aber steigt da nicht so ein bisschen der Gestank halt hoch? Ne, ne Das ist äh Die Tiere riechen alle wunderbar Und hier machen die Kann man die Sterne beobachten Ja erstmal so aufs Dach gehen Ja meinst du zwei Tiere die Sterne beobachten? Ja, aber guck mal Das ist schon mal Eigentlich schon mal nicht schlecht das Dach Ja, muss ich schon sagen Hast du sehr gut gemacht, Simon Scheiße Ich hab irgendwie so einen Block abgebaut Und es sind 10.000 Farbstoffe rausgekommen Boah Mein ganzes Inventar ist voll Ich hab einen Block abgebaut Mein ganzes Inventar ist voll Weißer Kristall Blauer Kristall Yellow Kristall Grüner Kristall Jemand ist regnende Kristalle Du? Wie hast du? Nö, nö, ich hab den nur gesehen Aber nicht mitgenommen Du wusstest ja nicht, dass ich die brauche Doch, die brauchen wir Du hast ja nicht gesagt Ja Deswegen hab ich ja gefragt Hättest du mir eine Einführung gegeben Das brauche ich nicht mitgenommen Kann ich da vielleicht auch schwarze Farbe raus machen? Unser Haus ist schon echt hübsch Oh ja Wie ich um den See herum alles eingefallen hab Das sieht schön aus Ja, das sieht echt schön aus Alles Sehr gut Am Anfang praktisch instant gefunden Und wir machen uns jetzt alles toll Okay Wir sehen uns in der nächsten Folge Hau rein Ja, ich hab da noch ein neues gemacht Das war dumm Hau rein, bis zum nächsten Mal Ich fand das Wert oder auch Und tschau Die nächste Folge gibt's mal umzusehen Tschau